Hallo Freunde der Glücksspiel süchtigen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir und diesmal mit meinem kleinen Bauvorhaben in meinem Springfield. Ich habe ja seit Monaten nötig schon durch die Gegend, ich müsste mal meine Casinos umsetzen, dass es alles halbwegs ordentlich aussieht. Ich glaube, was heißt ich glaube, ich habe ja jetzt schon angefangen, also glaube ich es nicht mehr, sondern ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich das jetzt einfach mal machen werde. Was ich allerdings noch nicht weiß, ich plane es im Moment so, dass es zwei Videos geben wird. Es gibt einmal das komplette Video, wo ich die ganze Zeit hier am Bauen bin und mehr oder weniger labere. Ich weiß nicht, wie viel ich dann wirklich labern kann, weil ich muss mich ja auch darauf konzentrieren, was ich hier zu machen habe. Ich muss ja auch so ein bisschen kleines bisschen planen und weiß ja gar nicht alles. Und das andere gibt es so einen kurzen Zusammenschnitt, wo ich das Video, die Bauarbeiten selbst in Zeitraffer ablaufen lasse und dazu halt Mucke laufen lasse, so wie ihr das kennt von mir. Und jeder kann sich dann das Video angucken, auf das er gerade Bock hat. Und ja, ich würde dann sagen, ich fange einfach mal an. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn das alles ein bisschen komisch vielleicht wird, wenn ihr das Video guckt, wo ich am Labern bin, zumindest in Anführungsstrichen am Labern bin. Denn ich habe keinen Plan. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, das mache ich so und das mache ich so, sondern ich mache einfach so, wie es dann passt. So passt das. Und wenn es nicht passt, dann wird es Puzzle gemacht. Nein, dann muss ich gucken. Ich muss halt dann, also ich mache das jetzt hier frei Schnauze. Ich habe mir nicht vorher überlegt, wie ich das am besten und am günstigsten alles geregelt bekomme. Ich gehe einfach hin und mache das. Und so mache ich das immer oder meistens, wenn ich die Möglichkeit, solange ich die Möglichkeit habe, mache ich das definitiv so. Wow, ich muss gar nicht, dass ich so viel mitnehmen kann. Das ist ja auch cool. Dann kommt mal mit hier. Kommt mal schön mit nach hier oben. Hier oben habe ich nämlich Platz. Dank der neuen Geländefelder. Wow, das war gar nicht so schwer. Ich habe schon ordentlich Platz gemacht. Ich bin eigentlich schon fast fertig. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Video wird. Aber, also ich denke mal, eine Stunde bestimmt. Wobei, es ist ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, mit welchem Update es gekommen ist, aber es ist ja mittlerweile, ihr seht das ja selbst, kann man ja hier wunderbar mit diesem klicken und halten und ziehen und ganze Viertel versetzen. Was ja auch gut ist, um Gottes Willen. Das muss so sein, weil man ist ja blöd geworden sonst. Wenn man dann hier anfangen musste und man musste jedes einzelne Blümchen, jeden einzelnen Topf, jede einzelne Mülltonne, alles einzeln da wegsetzen, um irgendwas Neues dahin zu setzen. Das ist einer der Gründe, aus denen ich echt keinen Bock habe oder keinen Bock hatte, lange Zeit, überhaupt irgendwie großartige Umbauaktionen zu machen. Deswegen versucht habe ich von Anfang an, das so halbwegs ordentlicher schon hinzumachen, sodass ich mich später dann nicht ärgere, dass es absolut scheiße einfach aussieht. Und von daher haben sie schon ganz gut gemacht, die Jungs von EA. Jetzt weiß ich noch nicht, was mache ich mit meiner Seenlandschaft. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich setze die ein Stück weiter nach hier oben. Ich glaube, ich setze die ein Stück weiter nach oben. Ich weiß allerdings nicht. Ich glaube, der Furnjet Shop hier, der stört im Moment schon so ein bisschen. Den Brunnen verschieben wir auch mal irgendwo nach hier. Dann haben wir hier noch den komischen Laternenpfahl und das Löwenbäutchen, ist das, glaube ich. Und dann haben wir hier noch, ach so, das hatte ich hier, das stand ursprünglich, stand das hier, wo jetzt das Aztek steht, Aztek Theater. Aber ich habe den Platz gebraucht und deswegen steht das jetzt hier oben. Das hat da auch nichts Besonderes zu suchen gehabt. Das war da einfach, das war da einfach. Und schwupps, schon habe ich da oben eine Ecke kreiert, die absolut scheiße aussieht. So lasse ich das jetzt auch stehen. Nicht ganz. Aber ansatzweise auch cool. Ich habe alles gekriegt. Ich habe alles mitnehmen können. Gut, 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 gut. Und so weit nach oben und so weit nach unten, wie es geht. Das klang jetzt seltsam. Aber wer mir hier zuguckt, der weiß schon, wie es gemeint war. Dann machen wir mal hier den Weg, den Weg weg. Der stört nämlich nur, dann machen wir den Weg hier auch gleich. Den Weg hier bitte, danke. Okay, dann nehmen wir halt den Weg hier. Den machen wir auch weg. Und dann, oh, ich habe da unten Bäume nicht erwischt. So ein Cheat. Ich habe da unten eine ganze Reihe Bäume nicht erwischt. Okay, so geht es. So geht es. Währendessen, 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 geil. Während dem Essen sollte man sowas nicht sagen, nicht machen. Muss gucken hier. Geht das so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Alles ist eigentlich alles grün, oder? Da war es kurz. Und hier, wenn der Haken auftaucht, dann geht dem. So, dann machen wir jetzt die Reihe hier noch weg. Ziehe deinen Finger. Warum soll ich an meinen Finger ziehen? Ich weiß ganz genau, was dann passiert, wenn ich an meinen Finger ziehe. Was glaubst du von EA? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Wollt ihr mich etwa anfurzen? Oder soll ich das auch noch selbst machen? Wenn ich an meinen Finger ziehen soll. So, dann haben wir hier noch ein paar Wege, die zwar nicht stören, aber... Aber die trotzdem nicht so doll aussehen. Sehr wahrscheinlich werde ich sie dann nachher wieder hinsetzen, weil ich mir denke, oh... Da passt ja ein Weg eigentlich ganz gut hin. Aber das sehen wir dann. Im Moment stören sie mich erstmal. Deswegen kommen sie jetzt erstmal weg. Jetzt habe ich hier lauter einzeln, das ist auch scheiße. Nee, 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 nicht die Palme. Ich wollte schon die Straße hier... Och, flup, 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 flup. Komm, flup, 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 flup. So, einmal die Seite. Das ist schon interessant. Eigentlich kommt die Straße hier gar nicht aus dem Tunnel. Die fällt mir gerade mal so auf. Dafür müssten sie eins weiter unten sitzen. Und der Tunnel ist sowieso schepp, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist ja egal. Darum geht es ja im Moment gar nicht. Flup, flup, flup. So, dann machen wir die Straße hier. Nein, die Straße hier. Auch noch weg. Auch erstmal bis hier hin. So, jetzt geht es nämlich los. Ich glaube... Mach ich jetzt hier unten eine Straße hin oder... Doch lieber wieder nur einen Weg. Wie wäre es mit so einem... Grundsätzlich vielleicht eher dieser Pflasterstein. Eher der Pflastersteinweg. Oder vielleicht so ein Sandweg. Nee, Sandweg sieht doof aus. Sandweg sieht doof aus. Aber... Aber Pflasterstein nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal. Komm doch mal hier runter in die Ecke, Mensch. Stell dich so an wie eine Pussy! Sag mal, wieso geht das hier nicht weiter? Das stimmt doch irgendwas nicht. Ist da noch irgendwas? Mal alles ausblenden, was ich hier ausblenden kann. Das ist doch gar nichts mehr. Warum kann ich da keinen Weg hinsetzen? Warum kann ich da keinen Weg hinsetzen? Na gut. Irritiert mich jetzt zwar. Aber dann... Ziehen wir hier erstmal einen Weg. Das stimmt da nicht. Aber... Na gut. So, erstmal wieder alles... Fling, flang. Nicht, dass das am Schluss noch scheiße aussieht. Dann... Grundsätzlich möchte ich ja, dass die... Dass die Zäune da bleiben. Ich muss nur gucken... Ach, cool. Ich hoffe, hier direkt sogar schon eins, was mit um die Ecke gehen kann. So, so geht nicht. Aber so geht. Das heißt, wir bauen das so. Dann machen wir den Weg hier mal kurz weg. Wenn wir eh schon gerade dabei sind, machen wir den hier noch weg. Und den dann noch weg. Es ist viel einfacher, wenn da nichts in der Nähe steht. Auf das der Cursor dann unbedingt draufspringen will. Weil ich denke, der meint bestimmt nicht... Der meint bestimmt nicht... Den Weg. Der meint doch bestimmt was anderes. Die nächste Frage ist dann natürlich... Mache ich da Beton noch unten drunter? Ich denke schon, auf jeden Fall zum Teil. Am besten... Ich hab's gewusst, dass... Ach, das nervt so ein bisschen, wenn man hier was an der Hand hat. Dass man dann nicht anständig mehr scrollen kann. Sondern, dass er dann jedes Mal versucht. Ich mach jetzt natürlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich mach den Weg jetzt... Den Weg, den ich vorhin weggemacht hab, den mach ich jetzt wieder dahin. Lui, lui, lui. Brother, lui, lui, lui. Und einmal noch hier hoch. Ich würde mal sagen... Für das erste Casino. Mal mindestens das erste Casino. Das sollte bis hierhin... Sollte das reichen. Das wird jetzt einfach mal komplett planiert. Und komplett mit Asphalt. Nicht Asphalt. Was ist das? Beton? Ich hab keine Ahnung. Was dieser komische Weg hier gemacht ist. Na komm schon, du Troller. Da ärgere ich mich dann. Da könntest du... Das wäre dann am Pad oder am Handy. Ist ja wahrscheinlich am Pad am einfachsten. Mit der Maus hier ist das manchmal etwas umständlich. So, hier kommt nämlich jetzt hier erstmal... Welches nehme ich denn als erstes? Welches nehme ich denn als erstes? Also ich wünsche auf jeden Fall hier diesen komischen Players Club Turm. Der muss... Der muss... Der muss mal mindestens. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht hier? Wie sieht denn der andersrum aus? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Wo ist denn der Eingang? Ich würde mal sagen, das hier irgendwie ist der Eingang. Oder ist das hier der Eingang? Ich hab keine Ahnung. Du bleibst jetzt erstmal so stehen. Dann kommst du als nächstes. Das ist bei die Tanja. Ich muss nur gucken. Dann müssen da noch ein paar... Dann müssen noch ein paar Sachen davor. Noch ein paar Sprungen. Ein paar Springbrunnen. Sprungen, geil. Ein paar Springbrunnen. Brunnen. Was ist los mit mir heute? Stimmt doch schon wieder irgendwas nicht. Wie machen wir das denn? Mache ich hier anständige Wasserspiele so richtig? Ich guck mal. Ich wechsel das mal ab. Ich seh gar nicht mehr. Doch hier ist noch einer. Jetzt muss ich natürlich gucken. Zopp. 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 Oh. Zopp. Zopp. Oh. Leck mich doch, Mensch. Komm, wir scrollen mal direkt hier. Dann hörst du wenigstens auf damit, wenn ich es nicht brauche. So. Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Kacke. Jetzt stört mich der scheiß Players Club Turm. Das hättest du aber auch gleich sagen können, dass du störst. Du Idiot. Oh. Da bin ich sogar schon eins zu weit. Äh. Hm. Das ist ja doof, dass sich das nicht anständig aufteilen lässt jetzt hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Scheiße. Was habt ihr euch dabei gedacht, EA-Mensch? So eine Scheppe zu anzunehmen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Geht das so? Komme ich da so drum rum? Ich muss mal gucken. Was war denn jetzt so? Ich habe sowieso noch ein paar Einstecken im Inventar. Fällt mir gerade ein. Von den Brunnen. Ich weiß bloß nicht welche. Dann nehme ich jetzt hier noch goldene. Ein paar güldene. Nein, nein. Ich wollte den... Genau. Und danke schon. Jetzt bin ich den Springbrunnen nebendran. So, jetzt kann ich mal schnell gucken. Wo sind denn hier meine... 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 Meine Springbrunnen. Da, 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 da. Gesteuerte Brunnen. Vier. Vier Stück. Die könnten sogar... Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Fuck. Aber so geht es dann auch nicht, oder? Versuch macht klug. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das ist doch... Also die Größe von dem Ding ist scheiße. Das ist doch kacke. Jetzt habe ich es entweder so oder so. Ich kann natürlich jetzt höchstens noch... Höchstens noch hingehen und kann das... Nein, nein. Ich meine schon das Britannia. Danke. Das Britannia noch ein Stück nach hinten setzen. Und dann die ganze Apparatur nehmen. Und... Dann muss ich es irgendwie... Vielleicht kriege ich es ja so hin. Wer weiß das schon so genau. Kann ich jetzt hier eigentlich einen Weg durchziehen? Würde das... Passen? Würde das... Passen? So was vielleicht? Dann müsste er noch ein Stück runter. Aber dann... Ne, es passt auch nicht. Ist auch wieder nur so halb-halb. Oh, leck mich doch fett, Mensch. Habe ich nicht noch irgendwo einen großen Springbrunnen? Ich habe oben reingehabt. Aber warte, jetzt muss ich erstmal hier nochmal schnell gucken, ob ich hier noch einen... Ob ich nicht noch einen irgendwo in meinem Inventar habe. Einen großen Springbrunnen. Was war das denn? So ein Pool. Kein auch, ein Pool. Ein klassischer Wirbelpool. Whirlpool. Einen modernen Brunnen. Ich setze jetzt einfach mal den modernen Brunnen hier... Eigentlich wollte ich in die Mitte setzen, aber das geht ja auch schon wieder nicht. Wer dieses Scheiß Casino entworfen hat, dem sollen die Finger abfaulen. Es ist ja nicht zu fassen. Dieses Scheiß hätte mal ein... Etwas ein Klötzchen breiter gemacht, dann wäre alles wunderbar. Auch das hier kann doch eigentlich gar nicht... Das kann doch gar nicht gleichmäßig sein, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemocht? Ach, wen interessiert es? Sieht es als Kacke aus. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Ich gucke mal, ob ich hier nicht noch... Ach ja. Ich habe hier noch einen von dem braunen Rand. Hier habe ich aber noch einen schwarzen. Ich glaube, ich habe noch zwei schwarze. Ich nehme jetzt mal schwarz. So. Und. So. Leckt mich am Arsch. Das passt auch. Es war ja eigentlich zu erwarten, dass das dann jetzt auch nicht geht. Ach, wisst ihr was? Das ist mir jetzt einfach mal gerade sowas von scheißendreck egal. Ich setze das Ganze jetzt ein Stück nach da. Das fällt sowieso keinem auf. Und wenn es jemandem auffällt, dann ist mir das kackegal. Ich weiß sogar nicht, dass... Irgendwie passt der Brunnen... Der passt da nicht hin. Der passt da nicht hin. Geh mal weg da. Geh nach Hause, du. ...stinkst. Und außerdem bist du besoffen. Soll ich sagen, wir beleuchten das Ganze hier noch? War das hier nicht auch schon beleuchtet? Was ist das hier? Ist da auch so eine Funzel hier? Kommen Sie mal her. Funzel. Funzel-San. Einmal so. Das ist gar keine Funzel. Das ist ein Briefkasten. Der ist noch von meinen Villen übrig geblieben. Da standen... Ganz früher standen meine Villen... Ja, ist ja gut jetzt. Jetzt kommt natürlich erst noch der Weg. War klar. So. Das ist noch eine von den... Das ist doch der Briefkasten von... Von den Villen. Scheiße, jetzt passt der hier nirgendwo. Da so Briefkasten einfach in die Walerei gestellt. Und es wohnt halt keiner. Ist egal. Der Postbote wird schon wissen, was er da zu tun hat. Der Postbote wird es richten. Was nehme ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich nehme einen von den normalen. Den stelle ich hier hin. Dann drehen wir den nochmal ein bisschen so. Und dann nehme ich einen von den bunten. Habe ich nicht noch einen normalen? Da, der... Der sieht relativ normal aus. Zumindest für meine Verhältnisse. Was jetzt eigentlich schon ein Witz an sich war. Aber naja. Der ist gar nicht an. Warum ist der nicht an? Du musst doch leuchten. Leuchte. Ach, du bist ja gar nicht einfarbig. Ach so, kack. Du bist ja auch so ein Regenbogending. Bin ich blind? Ich muss doch hier noch ein paar von den normalen haben. Naja. Blind vielleicht nicht, aber... Das sieht doof aus. Das muss... Schnauze. Mach nicht komische Geräusche. Mach, was ich sage. So. Nein, nicht den Weg. So. So ist das schon... Warum leuchtest du denn jetzt nicht mehr? Wollte ich mich eigentlich verkacken hier alle, oder was? Geh an und leuchte. Nein, nicht das scheiß Casino. Leuchten. So. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich drücke mich doch eigentlich deutlich aus. Ich bin der deutschen Sprache mächtig. Durchaus. In Wort und Schrift. Welches nehme ich denn jetzt als nächstes? Woodstock muss auf jeden Fall... Das muss in grün bleiben. Ich glaube, Woodstock bleibt zum Beispiel auch hier. Ich könnte jetzt mal das Lucky Casino hier mitnehmen. Das können wir mal hier vielleicht ein bisschen weiter nach vorne setzen. Auch zusammen hier mit der kleinen Sexy Hexy. Fände ich, passt das ganz gut. So, vielleicht. Oder eher so. So sieht doch auch nicht schlecht aus. Und hier können wir noch so ein paar künstliche Bäumchen... Die sind ja nicht künstlich. Aber so wirklich natürlich sehen sie auch nicht aus. Vorhin habe ich die komischen Springbrunnen weggemacht, weil mir das mit den Palmen irgendwie nicht gefallen hat. Weil es irgendwie seltsam ausgesehen hat. Jetzt stelle ich so Palmen hier hin. Auch nicht schlecht. Was sollen denn da die Leute noch von mir denken? Der weiß ja morgens nicht mehr, was er abends gesagt hat. Was ist das? Ist auch noch ein Briefkasten. Nee, das ist doch ein Briefkasten. Okay, ich habe noch einen Briefkasten zu verschenken. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Keiner will es. Und das ist fatal. So, Woodstock. Woodstock habe ich gesagt. Abgesehen natürlich von der Tatsache, dass Woodstock ein kleiner Vogel ist, den viele von euch sehr wahrscheinlich nicht kennen, oder den einige von euch sehr wahrscheinlich nicht kennen. Der ist der beste Freund von Snoopy. Den wiederum werden sehr wahrscheinlich die meisten kennen. Der Woodstock ist der kleine, der kleine gelbe Vogel, der ab und zu sich, ab und zu mal mit Snoopy abhängt und Abenteuer erlebt. Wir sind cool, die zwei. Ich habe die als Kind, die Peanuts, sehr gerne gesehen. Gibt es in der Form heute leider nicht mehr. Verstehe ich auch nicht so ganz. Naja, ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Es muss jetzt alles, es muss blitzen und blinken und es muss Action und es muss Blut und weiß der Geier was nicht alles. Superhelden, Superhelden gab es damals auch, aber... Das war irgendwie alles da noch ein bisschen anders. Hm, ich könnte noch so. Guck mal. Oh. Dann habe ich hier immer noch zwei über. Ich habe sogar noch mehr über. Die zwei sind jetzt noch hier hin. Das wird ganz schön viel Wasser. Ich hoffe, das sieht am Schluss nicht scheiße aus. Also nicht scheiße, als es vorher schon ausgesehen hat zumindest. Naja, wie sind sie nicht alle gleich getaktet? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Der Players Club Turm, ehrlich gesagt, stört der mich hier vorne so ein bisschen. Aber da, der passt auch nicht so wirklich. Der wird eher hier noch so ein bisschen weiter rüber, glaube ich. Vielleicht hier. Vielleicht hier vorne so als Art Hauptattraktion. Woodstock haben wir jetzt gesagt, bleibt hier. Beziehungsweise ich habe das gesagt. Ich bin hier hessischer Chef. Ihr seid nur Zuschauer. Ihr müsst euch damit zufrieden geben, was ich... Was ich hier für einen Scheiß von mir gebe. Das heißt, optisch oder akustisch. Ihr habt da leider gar keinen Einfluss drauf. Das tut mir jetzt natürlich leid für euch, aber... Das lässt sich nicht ändern. Gott, also der Himmelsfinger. Also ich habe das so gewollt. Was ist das hier eigentlich für ein komischer Baum? Was ist das denn für ein komischer Baum? Du siehst schwer nach... Nee. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hätte ich fast was gesagt, aber es hätte eh nicht gestimmt. Hallo? Bin ich wieder zurück? Egal. Unbekannte Bäume. Gesetzt. Check. Eigentlich muss ich diesen komischen Zaun hier ja gar nicht... Gar nicht mitnehmen. Ich habe mir ja extra... Wie schaffe ich das jetzt hier nur, den Zaun zu erwischen? Schwupp. Jaja, ich will ja gar keine Figuren speichern. Gibt ja gar keine Figuren davon. Zipzirip. Jetzt habe ich gerade mal Notiz machen. Jetzt habe ich hier... Wollte mich eigentlich verkacken. So, so noch. Jaja, Lager. War schon... Das war schon so angedacht. Schon richtig so. Ich habe mir hier extra... Diese... Wie hießen die? Nero-Mauern oder was? Ich weiß nicht mehr genau. Da waren sie schon. Nee, das ist die Hieroglyphen-Wand. Die ist von dem... Steinmetz... Event... Hier, Nero's Mauer. Ich habe mir extra... Extra 53 Stück gekauft. Und dann würde ich sagen... Fangen wir mal hier damit an. Ja genau, am besten in die Wand reingebaut. Spiel, du bist etwas dämlich. Aber wir mögen dich trotzdem. Das ist also ähnlich wie bei mir. Gehen wir noch weiter? Ja, oder? Ich denke schon. Wenigstens nochmal bis an die andere Wand. Flup, flup, flup. So, jetzt warten wir erst mal kurz ab. Ich muss eh... Ich muss eh überlegen. Also ich werde dann hier... Ist ja dann... Woodstock müsste eigentlich... Ich mache hier mal den... Die Pflastersteinstraße. Die mache ich mal noch ein bisschen weiter. So ungefähr. Dann hört die hier auf. Dafür fängt... Hier ein... Ein Dreck, ein Matschweg an. Das ist ja kein wirklicher Matschweg in dem Sinne. Nee, nicht hier oben. Hier oben ist... Hier oben ist Kacke. Lieber... Lieber hier unten. Wer Woodstock kennt... Oder weiß, was Woodstock ist oder war... Upsa. Ich will keinen Flusterplatz hier. Nee, nee. Der weiß, dass Matsch und Schlamm und Dreck... Da wunderbar hinpassen. Von daher... Hier muss ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen... Da muss noch ein bisschen... Noch ein bisschen mehr Beton hin. Ich könnte natürlich auch hier und da mal so eine kleine grüne Insel lassen. Fällt mir auch gerade ein. So rein aus dekorativen Zwecken. Da kann man dann auch ein Bäumchen reinstellen. Ich teste das jetzt so gerade mal. Das ist das, was ich meine. Als ich vorhin gesagt habe, ich gehe hier ohne großen Plan dran. Ich gucke dann, was kann ich hier machen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel... Genau. Genau. Hier kann ich jetzt hingehen und kann diesen komischen Zaun, den ich eben gerade dort abgebaut habe... Den kann ich jetzt kurz die Finger kratzen. Ich könnte es doch mit der Hieroglyphenwand versuchen. Aber ich suche hier eigentlich diesen... Was ist das? Luxuszaun. Ich habe hier noch einen neuen. Von der Nero, von Neros Mauer. Hier. Schicker Zaun. Na. Und dann... Nehmen wir mal hier so einen schicken Zaun. Ich glaube, das ist besser, wenn ich den andersrum setze. Sonst kann ich ihn nachher nicht anständig wieder aneinander... Aneinander rein. So, zapp, 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 zapp. Und zapp, zapp, zapp. Und zapp, zapp. Oh. Verbindung mit Server nicht möglich. Das ist aber sehr schön. Öfter mal was Neues. Ist aber sehr selten geworden. Aktuell also seit dem neuen Event, seit dem aktuellen Event, Reiseziel Springfield, läuft das Spiel zumindest bei mir sehr stabil. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal überhaupt, dass mir das Spiel abgeschmiert ist. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das Spiel abgeschmiert ist, weil es sah ja eher nach Problemen mit der Verbindung zum EA-Server aus. Was nicht unbedingt auf mich zurückzuführen ist. Von daher, es dauert jetzt auch schon wieder ganz schön lange. Also, ich fürchte fast, ich komme gleich nochmal zu dem... ...zu dem Bildschirm, dass ich mich nicht mit dem Server habe verbinden können. Aber kaum habe ich es laut gedacht. Hat sich es erledigt. ...oder doch nicht. Standbild. Okay, alles klar. Hier, Bodja hat mich besucht. Und da war noch jemand. Da hier. 0, 0, 0, JFK. Cool, ich habe mich gerade erst angenommen. Und schon hast du mich besucht. Nicht schalacht, Herr Sparhecht. Mein Flughafen von Springfield. So, dann machen wir den hier auch noch gleich. Und den hier auch noch gleich. Und den hier auch noch gleich. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ich will mal rauskrollern hier einmal. Ein ganz größeres Schritt machen. Ich muss auch gleichzeitig leider immer aufpassen, dass ich mit der Maus nicht an den oberen Bildschirmrand komme, weil mir sonst wieder die Aufnahme, beziehungsweise die Auflösung zerschossen wird. Jetzt weiß ich ja hier, es war ein Stückchen weiter. Ungefähr. Ne, noch ein Stück, glaube ich. Hier. Oh, ich war gut. Ich war relativ gut. Warum zum Geier kommt, wenn ich den Zaun auswähle, so ein Schluckspechtgeräusch? Das Geräusch, Geräusch. Jetzt muss ich gucken. So. Ich kann das ja nicht anständig sehen jetzt hier. Und so müsste es richtig sein. Und den hier auch noch. Dann nochmal zap, zap, zap. Was machen wir denn von hier aus? Ne, andersrum, bitte. Danke. So müsste es stimmen. Das heißt, ich habe jetzt hier Platz, um mich hier drin so ein kleines bisschen auszutoben. Und zwar hätte ich dafür gerne erst mal eine äußere Reihe Blümchen. Wo habe ich denn hier mal Blümchen? Bonsai. Bonsai! Bud Spencer-Fans wissen, was ich meine. Alle anderen halten einfach die Schnauze. Ist aus. Oh Gott, wie heißt es? Ich glaube, vier Asse trumpfen auf. Ich glaube, vier Asse trumpfen auf. Heißt der Bud Spencer und Terrence Hill gegen die Piratenbande. Mit dem Japaner, der den Schatz bewacht. Das ganze Falschgeld, das doch gar kein Falschgeld ist. Ich suche eigentlich Blumen. Und vor lauter Bud Spencer und Terrence Hill scrolle ich zwar immer schön weiter, aber ich achte nicht wirklich darauf, was ich hier so weiter scrolle. Das ist aber nicht schlimm. Seid ihr die Kleinen oder seid ihr die Großen? Seid ihr die Kleinen? Oh, wie süß. Oh, ich nehme mich. So. Flup, 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 flup. Hier, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Nee, ich muss noch einen weiter runter. Schwupp, 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 schwupp. Nee, hier nicht mehr schwupp. Aber, hallo, hier wieder. So. Jetzt müssen wir noch überlegen. Da wäre doch jetzt... Wo habe ich den denn vorhin hin? Da. Hallo? Achso, ich bin ja gar nicht im Baumodus. Ich war ja im Kaufrausch, nicht im Baumodus. Geht das jetzt hier? Oh, das passt wenigstens. Nee, es passt nicht, oder? Doch. Man kann das zwar jetzt nicht sehen, dass es richtig ist. Zumindest nicht so deutlich. Aber es stimmt so. Cool. Dann, hier ist noch ein bisschen Platz. Sogar noch ein bisschen viel Platz für eine oder zwei von den Kleineren. Ich will auf jeden Fall Gaming Moos nehmen. Und ich werde auch... Ich finde die Ideen, ich finde die Ideen, ich finde die Ideen, ich kann... Langsam. Langsam, Mario. Ich finde die Idee nämlich gar nicht so schlecht. Mit dem Walk of Fame, den ich ihm hier verpasst habe. Allerdings stört mich dieses Pflänzenkind aber etwas. Nein, Pflänzen... Nein. Jetzt aber... Nein. 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 Ja. Jetzt bleibt ja auch nichts anderes mehr übrig. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen nervig, ist aber definitiv so besser. Jeder, der öfter mal umbaut, weiß das. Man klickt und erwischt zu oft Sachen, die man gar nicht haben möchte. wie ich jetzt zwar eigentlich auch, aber trotzdem. So, das heißt, ich kann jetzt aber dann auch hier... Ich kann auch hier frei machen. Nee, die lagere ich mal lieber wieder ein. Auch dich. Lagere ich wieder ein. Das war es erstmal mit Einlagern zumindest. So, hier haben wir den... meinen kleinen Walk of Fame. Der kann eigentlich dann jetzt sogar noch ein Stückchen weiter nach vorne. Inklusive Moos. Gaming Moos. Dann haben wir hier... Hm. Neros Palace. Ja, ich weiß, es gab da mal oder es gibt auch immer noch so ein eigenes... So ein Sheet. Aber... Ich kann natürlich jetzt auch hingehen. Ich weiß, es gibt diese komischen Bäume in einem Blumentopf. Es gibt diese Bäume in einem Blumentopf, aber natürlich nicht bei mir im Inventar, sondern ich muss die schon kaufen. Ich hole Brot. Die könnten da gut hinpassen. Ich kann mir natürlich auch noch hier... Platos. Und Platos hat jetzt aber mit... Nero gar nichts zu tun. Zumal Nero ein römischer Kaiser gewesen ist und Platos ein griechischer Philosoph, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie damit sowieso gar nichts miteinander zu tun haben. Ha. Jetzt habe ich natürlich auch... Ich habe jetzt noch gar nicht so viel Geld, dass wir hier eventuell das hier auch noch alles kaufen. Was ist das? Ach, der Brunnen kostet... kostet mich Donuts. Das ist ja auch nicht schlecht. Der Brunnen würde mich Donuts kosten. Eigentlich suche ich nach... irgendwas, was nur ein... Feld in Anspruch nimmt, das ich da jetzt als... anständige Abgrenzung dazwischen setzen kann. Hm. Was haben wir denn hier ein schönes... Tetherball. Die komische Karnickel. Ich kann eine Wetterstation und einen Stoppschnitter hinsetzen. Das sieht halt dann kacke aus, aber... Hier, Pylone, die... Passt doch ganz gut. Ja, sowas in der Richtung. Aber es gibt so kleine Bäumchen, die sitzen in so einem Topf... Die sitzen extra in so einem Topf drin. Der Promenadenbrunnen. Das war das, was ich... Den hätte ich eigentlich gerne hier gehabt, aber für 15 Donuts... Ich könnte auch so ein Laternenmast... Aber der passt optisch da nicht so... Vielleicht finde ich ja noch einen anderen Laternenmast. Hier ist noch ein anderer Laternenmast. Kaum habe ich gesagt, aber der passt optisch jetzt auch nicht wirklich so viel besser. Hier, sowas hatte ich eigentlich gemeint. Dass ich hier so ein... So ein Bäumchen da noch dazwischen setze. So. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Alles Geschmackssache. Also ich bin schon wieder nicht im Bau-Modus. Ich war ja wieder nur im Kauf-Modus. Das heißt... Setze ich dich jetzt so oder setze ich dich so? Ich glaube, ich setze dich so. Wobei du dann eigentlich durch Gaming-Modus verdeckt würdest. Für die Zuschauer... Also für die Besucher. Aber irgendwie... Muss ich euch ja trotzdem hier so unterbringen. Ich könnte das Ganze natürlich auch noch durch eine Straße noch... Unterbrechen. Ich habe leider jetzt auch nicht mehr... Nicht mehr wirklich genug von Nero... Von den Nero-Mauern. Wobei ich natürlich auch hier hingehen kann. Und kann einfach einen Maschendrahtzaun nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal... Ne, ne. Nein. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal... Hier so ein paar raus. So bis hier zum Beispiel. Nehme dann das. Ich nehme noch zwei raus. Dann passt das hier auch ungefähr mit dem... Ne, ne. Nicht du. Dann passt das auch hier so mit dem Abbruch des Weges. Der dann hier so in so einen... Feldweg eher übergeht. Wobei ich hier glaube ich noch einen... Komm mal her. Ich mache hier noch einen weiter. So. Dann nehme ich hierfür jetzt... Habe ich Maschendrahtzaun einschlecken? Ich glaube es fast nicht. Oh Gott. Das Gesuche, das ist das Nervigste. Das müsste so eine... Man müsste das irgendwie... Oder eine Suchfunktion wenigstens. Dass man hier, wenn man die ersten drei, vier Buchstaben von irgendwas eingibt, dass man dann gleich da hingeschubst wird oder sowas. Hier dieses ständige Rumgescrolle und dann... Ich weiß nicht seit wann das ist, aber seit kurzem fängt der jedes Mal, wenn man rausgeht aus dem Dekoration jetzt zum Beispiel, fängt der wieder von vorne an. Früher hat er sich die Stelle gemerkt, wo man als letztes gewesen ist und da hat man dann weitergemacht. Aber nein, jetzt wenn ich mir hier einen Baum raussuche oder sowas... Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. So. Hier einen hin und da einen hin und dort einen hin. Ja, es fällt kaum auf. Fällt kaum auf. Und wir haben wieder... Oder ich habe wieder ein paar von den Nero-Mauern gespart. Ich könnte natürlich auch... Es müssen sowieso noch ein paar raus. Und zwar hier vielleicht... Eins... Zwei... Drei... Und hier vielleicht auch nochmal... Warum markiere ich sie eigentlich nicht? Ich bin so ein hübscher, netter, intelligenter, junger Mann. Ich könnte sie natürlich auch alle markieren, die ich nicht haben möchte und sie auf einen Rutsch in mein Inventar reinpacken. Das passt auch wieder nicht. Auch wieder schief. Entweder so oder so. Das ist doch... Geh doch nach Hause. Ach ne, geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Aber zu Gaming-Mode passt das nicht. Rein optisch. Aber hier könnte es optisch gut hinpassen, oder? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich könnte jetzt vielleicht sogar den Players Club Turm noch so ein bisschen... Eigentlich... Ich bin zwar eigentlich kein Freund davon, alles so nah aneinanderzustellen, aber ich glaube, das hier sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich habe eh keine Ahnung. Jeder, der mich schon... Der meine Videos eine Zeit lang schon sieht, der weiß das schon lange. Kacke, hier ist kein Platz. Wo mache ich denn meine Wedding Chapel hin? Wo können wir denn hier die... Womit können wir... Wo können wir denn... An welchem Ort können wir die Leute jetzt hier unglücklich machen? Heiraten. Das ist ein Drive-Thru sogar, oder? Das ist geil hier. Da ist ein Straßenpfeil. Hier geht es in euren Tod, oder so. Die steht da bestimmt irgendwo. Wobei die würde ja eigentlich eher... Vielleicht hier so gar nicht mal so schlecht hinpassen. Also eher zum... Zum... Woodstock hier hinten. Das könnte man vielleicht auch so hier noch... Schwupp. Dann können wir mal... Ausgerechnet das scheiß Löwenmöhnchen jetzt natürlich... Erwischt, war ja klar. Eigentlich wollte ich den Weg wegmachen. Da er dann doch etwas stört. Dann haben wir hier noch einen... Kleinen... So ein kleines Leuchtfeuer. Nein, nein. Ach kacke, jetzt ist der schon vorher rumdrehen. Jetzt darf ich wieder alles durchklicken. Jetzt kommt die Erde. Der scheiß Weg erst noch. So, jetzt aber. Genau. So. Alle, die rauskommen, werden sofort geblendet. Auf das sie blind wieder rückwärts rein stolpern und den Rest ihrer Kohle auch noch verlieren. Ihr seht, ich weiß ganz genau, wie... Wie Casinos funktionieren. Jetzt wird es aber langsam... Langsam nimmt es Überhand mit den riesigen Schildern hier auch, ne? Guck mal, würdest du denn... Selbst du passt hier nicht rein. Was ist das mit euch, EA? Könnt ihr das nicht irgendwie einheitlich machen, dass man das irgendwie mittig setzen kann? Oder bin ich der Einzige, der sich an mathematischen oder an geometrischen Formen aufgeilen kann? Ist ja nicht zu fassen. Es ist ja nicht zu fassen. Wo setzt du dich denn hin? Abgesehen davon, dass du mir alles verdeckst, passt du ja nirgendwo hin. Legends of Cleavage. Wo würde das denn hinpassen? Ich wollte gerade sagen, da ist was sexy drauf, aber das ist gar nicht sexy. Das ist Burnsy, Baby. Mit nacktem Oberkörper und einem Fischschwanz. Der Meermann. Burns, der Meermann. Und hier ist sogar der Burns-Meermann-Brunnen. Und irgendwas Fieses hat er, glaube ich, in seinen Mund gemacht. Ich will es gar nicht wissen. Ich habe... Nein... Alles gut. Ich stelle dich jetzt erstmal... Du wirst erstmal hier hinten reingelagert. Und dann kommen wir mal zu dir. Und dich könnte man vielleicht... hier hinsetzen. Zusammen mit den Legends of Cleavage die Legenden... Die Legenden des Ausschnitts. Cleavage ist ja der... Ist ja der Ausschnitt. Das, was die Damen gerne versuchen hervorzuheben. Egal, wie viel da jetzt wirklich drin ist. Was auch nicht wirklich wichtig ist. Davon mal ganz abgesehen. Also es kommt nicht darauf an, wie viel da drin ist. Und trotzdem versuchen die Damen, das alles noch möglichst viel aussehen zu lassen. Aber das bleibt im Endeffekt ihnen überlassen. Es soll ja auch Männer geben, die sich ihre Hosen mit Socken ausstopfen wollen. Gibt es da nicht auch Frauen, die ihren Ausschnitt größer erscheinen lassen wollen, als er denn wirklich ist. Mit Push-Ups und mit Taschentücheln und weiß der Geier, weiß nicht alles. Das ist alles Blödsinn. Wenn es hart auf hart kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, hart auf hart. Es passt. Guck mal, du passt doch hier rein. Ist doch wunderbar. Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum können sie das bei anderem Kram nicht auch so machen? Das ist doch echt zum... Naja. Wenn es hart auf hart kommt, dann sieht man sowieso. Oder man spürt, was da jetzt echt ist und was nicht. Deswegen, ich war da nie ein Freund von. Ich kann auch die Leute ehrlich gesagt nicht verstehen. Natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich so ein bisschen das eigene Selbstbewusstsein aufpolieren. Aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass es sehr gut für das Selbstbewusstsein ist. Wenn der Gegenüber dann da steht und sich denkt, what the fuck? Da war doch eben noch viel mehr. Das gilt, wie gesagt, für Männer und für Frauen. Also nicht nur ihr Mädels müsst euch jetzt auf den Schlips, auf den nicht vorhandenen Schlips getreten fühlen. Sondern auch die Jungs. Es gibt ja durchaus Jungs auch, die sich dann da hinstellen und wie gesagt sich Socken oder Münzrollen oder keine Ahnung was in die Hose stopfen, damit das aussieht, als hätten sie ein Mordsdingel-Dengel-Ding-Dong da rumhängen. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich nur so ein kleines, keine Ahnung was. Damit muss man dann halt leben als Mann. Genauso wie als Frau. Es lässt sich nicht ändern. Wobei ihr Frauen habt ja den Vorteil, Leute. Die Frauen haben ja den Vorteil, sie können das sehr wohl ändern. Silikonimplantate. Bin ich übrigens auch überhaupt gar kein Freund von. Abgesehen davon, dass 99% falsch aussehen, bin ich einfach dafür, Natur ist Natur. Und das, was die Natur einem mitgegeben hat, damit muss man leben. Damit sollte man leben. Man muss natürlich nicht, aber man sollte. Alles andere ist... Gehört sich nicht. Ist nicht richtig. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ich find's halt nicht gut. Und ich weiß, dass viele Männer entgegen der Meinung der Frauen... Vor allem, wenn man sich die ganzen Pornowarsch-Sternchen mal anschaut. Viele Männer sehen das genauso wie ich. Auch die sind der Meinung, Silikon ist scheiße. Genauso wie die Platz hier in der Kirche. Die ist auch scheiße. Und da kommt jetzt nämlich schon mal eine Cletus... Cletus-Würfel-Höhle. Und da nehmen können wir dann gerne. Aber da kommt jetzt mit dem Auto keiner mehr reingefahren. Auf der anderen Seite, wenn ich das drehe... Ach doch, so rum könnte es gehen. Gut, dann setzen wir die so. Aber noch ein bisschen weiter weg von Cletus. Nicht, dass da hier irgendwie die Flöhe überspringen. Ich find, dass jemand heiratet, ist schon schlimm genug. Da muss er sich nicht auch noch Flöhe und Wanzen und weiß der Geige alles noch einheinsen, einschaffen. Nee, nee. Ich wollte das nur drehen ursprünglich. Ursprünglich solltest du nur gedreht werden. Ich glaube, das Lucky Casino... Ich setze dich jetzt mal kurzzeitig hier hin. Ich glaube, das Lucky Casino müssen wir mal so ein kleines Stück nach hinten versetzen. Wobei es dann jetzt natürlich wieder... ...mein Burnsy-Baby... ...die Burnsy-Baby-Geschichte... ...verdeckt. Aber das können wir ja auch ändern. Aber hier ist jetzt immer noch der... ...der Brunnen... ...verdeckt von dem Schild von der Britannia. Kann man den so... ...aber so vielleicht eher, oder? So könnte gehen. Denn dann setze ich den Brunnen... ...hier hin. Weil natürlich jetzt noch den Scheinwerfer wieder so, dass die Leute... Wir hatten das ja vorhin schon das Thema, ne? Vor lauter... ...vor lauter... ...der direkt wieder rückwärts reinsteuern... ...wenn man den Rest von dieser Kohle auch noch... ...auch noch da lassen. Und das Flugzeug... ...ich weiß, das gehört eigentlich zu Burnsy... ...zu Burnsy-Baby... ...aber dass ich ja aktuell hier unten gerade einen Flughafen baue... ...ist es natürlich thematisch durchaus passend... ...das ist auch sowas ernsthaft. Also wenigstens sowas hier... ...kann man doch bitte... ...in alle vier Richtungen drehen können müssen. Dass man das bei Gebäuden so handhabt, dass man immer nur die Front sehen kann... ...das kann ich ja noch halbwegs nachvollziehen. Aber bei einem Flugzeug ist es doch absolut scheißendreck egal... ...ob das jetzt nach vorne oder nach hinten guckt. Das ist doch kackegal. Aber nein... Vor allen Dingen, ich hätte es zum Beispiel jetzt ganz gerne, dass es nach oben guckt. Also genau anders wie jetzt, andersrum als jetzt. Aber nein, ist nicht möglich. Es ist technisch nicht machbar, sehr wahrscheinlich. Ich weiß, ihr Leute von EA, ihr habt da zwei Leute sitzen... ...mindestens zwei Leute sitzen, die meine Videos gucken... ...und die sich alles anhören, was ich sage... ...und die auf alles reagieren, was ich sage... ...und die sofort alles das machen, was ich sage. Also macht das jetzt endlich mal gefälligst. Ich habe das jetzt langsam oft genug gesagt. Es ist kein Spaß mehr. So. Jetzt wisst ihr Bescheid. Interessiert kein Schwein, ich weiß. Zumindest nicht... Zumindest nicht bei EA. Ist aber auch nicht so schlimm. Mich interessiert auch nicht wirklich, was EA für meine Videos hält. Also von daher... Jetzt weiß ich nicht, wie mache ich das hier mit meinen... Ich glaube, ich mache noch... Ich glaube, ich mache noch Beton. Aber warte da zong, warte da zong. Weg ist der Balkon. Dong. Also bis hier, so wie ich das ja vorher auch habe. Könnte hier natürlich auch so ein bisschen... Nee, 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 nee. Ich mache das anders. Und zwar... Und zwar genau anders. Genau anders war jetzt die absolut perfekte Aussage. Ich gehe noch einen weiter. Also das heißt... Ich gehe jetzt hier... Schon. Und dann machen wir einen so. Nee, eigentlich war es genau anderswo gedacht. So ist das, wenn man isst. So ist das, wenn man ich isst. Und dann ist man halt ein bisschen seltsam im Kopf. So, 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 so. Und einen noch hier, so. Ja, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Ich sage jetzt auch noch nicht, warum ich das so mache. Oh, jetzt muss ich nochmal ansetzen. Und zwar am besten... So, am besten wohl hier oben in der Ecke. Wenn ich das so richtig, richtig jetzt ausgemacht habe. Äh, Mist. Kacken, Dreck. Okay. Egal, das lassen wir jetzt hier erstmal offen. Und zwar möchte ich hier nämlich jetzt... Hatte ich da nicht auch so einen Untergrund extra? Gab es da nicht so einen... Das sind ja diese Straßen dann. Das will ich ja nicht. Na gut, dann muss ich... Dann muss ich das hier nehmen. Ist ja nicht schlimm. Kann ich hier noch da drowsetzen? Könnte ich theoretisch auch, ja. Wie, jetzt geht nicht weiter. Wie geht das nicht näher ran? Ach, das ist doch beschiss jetzt. Das ist doch beschiss. Jetzt hatte ich so eine gute Idee. Und dann war die eigentlich doch scheiße, die Idee. Ach, komm schon. Echt jetzt? Also ich meine so echt, echt jetzt? Jetzt geht's aber wieder. So. Dann gehen wir einen näher ran. Flup, 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 flup. Oh, interessant, dass es hier geht. Aber an Woodstock habe ich jetzt nicht näher ran gekonnt. Das irritiert mich jetzt etwas. Aber das ist nichts Neues. Das kommt durchaus öfter mal vor. Dass ich irritiert bin. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier die beiden Zoll sind. Ich glaube, es waren zwei eher. Nicht vergessen. Nö. Mal direkt einpacken. Die können wir mal direkt einpacken. Eigentlich kann ich die hier auch direkt einpacken. Die stören nur. Noch nicht. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann habe ich hier noch so ein paar... Ich habe hier noch ein bisschen Walk of Fame. Flup. Wem könnte man denn den Walk of Fame jetzt hier noch? Ah, hier. Wie wär's denn hiermit? Und vielleicht noch eins weiter nach vorne, damit es nicht so... Auch hier geht wieder mittig. Also grundsätzlich gesehen geht's doch. Warum könnt ihr das nicht einheitlich machen? Ihr Herren und Damen von EA. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Brunnen. Den setze ich jetzt mal hier hin. Nee, das war keine gute Idee. Aber den könnte ich... Warum ist das der Wischi? So. Hier hin zum Beispiel gesetzt. Und dann nehme ich mir hier die beiden... Nein. Die beiden... Nein. Die beiden Brunnen hier. Und setze ein. Dörtens. Und einen Dörtens. Oder müsste ich da jetzt eigentlich Hirtens sagen? Ich habe keine Ahnung. Hin. Na ja, dann nehme ich die beiden Bäume auch noch gleich noch mit. Passt ja eigentlich ganz gut. Schwupp. Schwupp. So, hier hatte ich diesen komischen... Ach, siehst du, der ist jetzt immer nicht weggepackt. Ich bin echt... Also manchmal... Eigentlich nicht manchmal. Eigentlich fast immer. Das ist ja das Problem. Mann, Mann, Mann. Jetzt kann ich sie wieder suchen. So ein Scheiß. Die waren so weit hinten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, nicht in der Russmauer. Wo sind denn hier die komischen... Da. Schicker Zaun. Ach so, die muss auch wieder außenrum. Sonst kann ich die wieder nicht... Anständig... Ah, geht doch. Du hast ja gelernt. Gar nicht mal so schlecht. Zumindest... Wenigstens nicht wie ich. So. Da gehört eigentlich auch noch was hier. Ich brauche nochmal so kleine Blücher. Raus aus dem Bau. Rein in den Kaufrauschmodus. Ach, jetzt ist er hier geblieben. Du bist doch... Vorhin gesagt und schon passiert es wieder. So kenne ich das eigentlich auch. Aber in den letzten Tagen, wenn ich was gebaut habe oder was gekauft habe, ist er mir jedes Mal wieder... an den Anfang der Liste gesprungen. Und ich habe mich jedes Mal wieder geärgert, weil ich ziemlich weit nach hinten musste. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Habe ich die armen Blumen jetzt eben gerade wirklich rumgedreht? Ist ja schlimm. Ist ja schrecklich. So, jetzt habe ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel über. Ich habe jetzt hier noch... Ach so, ich bin ja wieder Haus. Wo setzen wir dich denn jetzt hier oder euch denn jetzt hier noch anständig hin? Guck mal hier. Neben das, was ich als Eingang... Ich denke, das ist der Eingang. Ja, der Weg. Ich wollte den zwar nicht haben jetzt, aber den kann ich dann... habe ich schon gleich löschen können. Der ist eigentlich dann hier. Der muss dann weg. Was heißt weg? Sagen wir mal, er muss woanders hin oder er soll woanders hin. So hier zum Beispiel. Und dann, das war... Das war zu erwarten. Jetzt kommt der Weg erst noch. Ne, oh, erst noch einer von den Brunnen. Dann noch so ein Brunnen und dann jetzt gleich noch so ein Brunnen und dann kommt der Weg. Ne, er macht direkt den Weg. Jetzt aber mein Bäumchen wieder. So, komm, 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 komm. Wollte ich noch eins nach vorne? Ich glaube, so sieht es besser aus, oder? Ja, so sieht es gleichmäßiger aus. Gut. Gut, gut. Dann habe ich hier noch zwei Scheinwerfer. Die könnte man... Was könnte man dann damit noch beleuchten? Ich könnte eine von den Leuchtreklamen beleuchten, weil die sind so dunkel. Hey, aber ich kann ja hier... Guck mal. Ich kann den... Ich kann die Statue hier beleuchten. Theoretisch zumindest. Praktisch. Scheinen die Dinger nicht so wirklich zu funktionieren, aber... Naja. Warum steht eigentlich hier so ein einsamer Brunnen in der Gegend rum? Der gehört doch da gar nicht hin. Dann machen wir doch mal lieber so. Das sieht aber jetzt alles so ein bisschen... Das sieht alles so ein bisschen leer aus. Eigentlich gefällt mir das gar nicht so wirklich. Da müsste jetzt noch lauter Kleinkram rein. Und anständig abschließen müsste ich das Gelände auch noch. Ich habe aber nicht mehr genug von dem Nero... von diesen Nero-Mauern-Zäunen... Und ich habe ja auch immer noch nicht mein Safari-Casino gesetzt. Vielleicht sollte ich es erst mal anklicken, bevor ich versuche es zu versetzen. Das soll ja eventuell hilfreich sein. In meinem Safari-Casino. So. Das... Könnte man das jetzt halbwegs anständig... Wenigstens das hier möchte ich gerne noch zumachen. Dann würde ich sagen... Ich nehme dann hier den Maschendrahtzaun. Nein! Nein! Ja, danke. So. Genau. Und zwar ziehe ich den jetzt bis... Okay, das eigentlich nehme ich noch. Achso, ich muss ja hier auch... ...festsetzen. Ja, ich weiß, hätte ich es markiert. Habe ich aber nicht! Das ist ja auch Kacke. Ne, 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 ne. Das muss dann zwei nach hinten, sonst passt das nämlich auch wieder nicht. Mit dem Maschendrahtzaun. Jetzt muss ich wieder raus. Und wieder rein in den Kaufrausch-Modus. Und wo war jetzt der Maschendrahtzaun? Ich glaube, genau, er war etwas weiter vorne und da ist er schon. Okay, nur gucken, dass er alles richtig rum sitzt oder gleich sitzt. Schwupp, schwupp, schwupp. Das sieht nackig aus. Nackig und kahl. Ich mag das nicht, wenn es nackig und kahl aussieht. Also... ...müsste ich irgendwas... Was kann man denn da hinsetzen? Verdammt! Was kann man denn da hinsetzen? Na ja, ich könnte ja mal mit der Mauer anfangen, die ich jetzt extra... Ah, ich habe auch noch ein paar Bänke. So was kann man da zum Beispiel noch hinsetzen. Hier habe ich noch ein paar moderne Brunnen. Ich habe ja auch noch zwei Neros-Brunnen. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich wieder 31 Mauern. Das sollte für einen gewissen... So, ab hier. Mehr kann man sowieso nicht sehen. Erstmal zapp, 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 zapp. So, das hier auch noch. Wie gesagt, mehr kann man sowieso nicht sehen. Jetzt ernsthaft? Das heißt... Mülltonne... Auch Mülltonnen sind wichtig. Sonst wird nur alles eingesaut. Vielleicht war das mein Inventar. Aber da muss ich nicht so viel scrollen eigentlich. Da ist gar nicht so viel. Dass sich das lohnen würde, sich darüber aufzuregen. So, ne, andere Richtung bitte. Tap, tap, tap. Noch eine hier. Tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Ne. Passt, drehen. Ja, Kackendreck. Jetzt stehen die natürlich falsch rum. Das ist scheiße. Um es mal nett auszudrücken. Oder gelinde gesagt. Wie es die Gelinde sagt. Das Problem ist, die sind so leider dann etwas versetzt. Und da stört dann schon die Straße. Ich müsste dann hier... Das heißt, ich könnte... Moment. Ich mach jetzt mal... Ich probier jetzt mal was. Einmal so. Und... Was ist... Was ist das denn du da hinten? Sag mal. Ich hab schon überhaupt nicht... Ich hatte ich doch überhaupt nicht in meiner Planung drin. In meiner Rechnung drin. Guck mal. So sieht es doch gar nicht so... So fällt es gar nicht auf. Ja, so spare ich schon immer. So spare ich schon immer meine... Die Sachen, von denen ich nicht so viel hab. Irgendwelche speziellen Hecken. Zum Beispiel im Dings beim... Beim vorletzten Halloween-Event gab es diese dunklen Hecken. Ich glaub, die gab es jetzt beim letzten auch. Von denen hatte ich nicht so viele. Und dann hab ich auch immer... Hinter dem Gebäude kann man sowieso nichts sehen. Also müssen da auch keine Hecken stehen. Man muss nur denken, dass das dahinter weitergeht. So wie jetzt hier. Man denkt jetzt einfach, das geht dahinter weiter. Obwohl es gar nicht so ist. Ähnlich hier mit der... Mit der Mauer. Ja, eigentlich auch. Aber hier oben müsstest du dann doch weiterziehen. Aber ist egal. Das kann ich ja dann machen. Ich muss gucken, die kostet... Die kostet Heizwährung, die Mauer hier. Von daher... Kann das nicht ganz so einfach... Kann ich nicht ganz so einfach machen. Ähm, nee, eigentlich war ich ja hier richtig. So. Nee, noch weiter. Noch war... Weiter. Sieben Stück kann ich noch. Eins. Mist. Oh, kacke. Ich war noch mal falsch rum. Das heißt... Ich muss jetzt erst mal... Nerv mich nicht. rumdrehen, rumdrehen. Rumdrehen, rumdrehen. Hä? Ich? Hä? Ich bin irritiert. Da stimmt doch was nicht. Okay, dann mach ich das halt einzeln. Machst du Scheiß? So, komm. Lalalala. Komm schon. So. So, so. So, so. Interessant, dass die eben nicht... Interessant, dass die eben nicht gepasst haben. So, so. Jetzt weiß ich auch nicht, wie viel hab ich denn überhaupt noch? Mir fehlt jetzt bestimmt gleich eine. Mir fehlt bestimmt gleich eine von diesen Scheiß-Mauern. Oder Mauerstücken halt. Ich hab's gewusst. Leck mich doch am Arm. Das ist doch nicht zu fassen. Da gehört... Da gibt noch eine hin. Selbst dann würde man es noch sehen können. Aber es wird nicht auffallen. Ah. Ja, dann nehm ich halt hier irgendwo noch eine raus. Dann nehm ich hier noch eine raus. Ne, hier kann ich keine mehr raus. Ja, dann nehm ich halt hier noch eine weg jetzt. Komm. Machen wir hier nicht so einen Aufstand. So. Dafür brauch ich jetzt noch mal einen Maschendrahtzaun. Ich glaube, ich hab vorhin einen Maschendrahtzaun bei mir. Hier im Inventar gesehen. Einen Maschendrahtzaun, bitte. Ah. So. Nee, nur einer. Einer leucht. Und dann hab ich ja festgestellt, Ich hab noch zwei... Zweimal Neros Brunnen. Einmal. Passt nicht. Dann würde ich sagen, Einmal hier. Und vielleicht noch einmal... Hier. Jetzt kann ich eigentlich nur noch... Ich müsste mal gucken, was kosten mich denn hier die... Diese Heizmauern. Die müssten ja eigentlich relativ am Anfang sein. Da wo die Sachen alle sind, die... Die Heizwährung kosten. Wo sind denn meine Mäuerchen? Warum gibt's hier keine Mauern? Warum gibt's hier keine Mauern? Die zählen nicht als Gebäude, oder? Das sind doch Mauern. Das ist doch eher Dekoration als... Das ist doch eher Dekoration als Gebäude. Okay, dann muss man das anders... Nehmen wir mal hier... Heiz. Mauer aus massivem Gold. Die will ich ja nicht haben. Ich will ja einfach nur... Da. Das geht ja. Ich hab ja ein paar davon. So. Schwupp, 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 schwupp. So, 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 so. So, 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 so. Reicht! Und schon? Et voilà! Jetzt könnte man hier vielleicht noch... Noch ein paar Hacken. Ich habe Hacken in meinem... Inventar gesehen. Allerdings nur ein paar. Fünf Stück, glaube ich. Oh. Eine. Ich habe noch eine Hecke in meinem Inventar, aber das ist nicht schlimm. Das schreckt mich gar nicht. Scheiße. Ach ja, aber man kann ja glücklicherweise direkt welche dazukaufen immer. Eins, zwei. Das wird ja alles wieder so schepp hier. Gefällt mir eigentlich gar nicht, aber was soll ich machen? Hm. So, dann brauche ich jetzt noch... Ich habe noch Bänke. Die habe ich, glaube ich, auch sogar noch im Inventar. Ich muss halt gucken, dann möglichst natürlich hier mein Inventar mal langsam. Elf Bänke habe ich hier zum Beispiel noch. Das ist ja mal gar nicht so schlecht. Gucken wir mal eine hier hin. Gucken wir mal eine da hin. Machen wir mal zwei Stück hier hin. Und, naja, eigentlich nur noch eine. Die zweite wird man sowieso nicht mehr sehen. Gucken wir mal hier hin. Ah, hier habe ich ja auch noch so einen Brunnen hingesetzt. Genau. Eine hier. Und eine hier. Ja, einfach um die Flächen, die leeren Flächen, so ein bisschen, so ein bisschen zu füllen. Jetzt habe ich noch vier Stück im Speicher. Könnte man natürlich hingehen und könnte eins, zwei, drei, vier machen. Nein, ich möchte keine weitere kaufen. Ich möchte eigentlich möglichst versuchen, mein Inventar mal so ein bisschen leer zu bekommen. Ja, dann gibt es ja noch einen Apfelbaum hier in die Ecke. Und noch ein paar Tannen hier. Und noch ein paar Tannen. Ich weiß gar nicht, wo ist denn hier der Eingang von dem Safari Casino überhaupt? Ich habe einfach mal, ich habe einfach mal alles zugebaut. Das hat gar keinen Eingang, keinen richtigen. Zumindest nichts, was definitiv und sofort als Eingang sichtbar zu sehen ist. Das sind auch immer noch drei Stück. Ich kann mir noch einen hier noch hinsetzen. Und hier sind wir so ein bisschen unauffällig in die Ecken. Dann fällt das nicht so auf, dass die eigentlich nur dafür gedacht sind, der nächste müsste ich jetzt kaufen. Oh, noch sechs und sechs. Wir haben schon ein paar Blümchen. Könnte man da natürlich jetzt hier nutzen. Um noch so ein bisschen Würze da einzubringen. Flup, flup. Flup, flup, flup. Ach nee, das war jetzt schon eine zu viel, oder? Nee, der geht bis dahin. Okay. Flup, flup, flup. Und flup. So. Das gleiche machen wir dann jetzt noch hier an den in der Innenseite noch lang. Ja, fuck. Ja, das sitzt dann gleich klein. Das ist ja theoretisch kein Problem. So. Kleine habe ich aber nicht im Inventar. Die muss ich kaufen. Also raus da. Nee. Raus da und rein hier. Hier Blümchen. Kleine Blümchen. Das ist irgendwie schief. Das ist alles grob und schett, was der Mario hier baut. EA ist schuld. Hatten wir ja vorhin schon das Thema. Von daher. So. Habe ich noch irgendwas Wichtiges oder halbwegs Wichtiges hier in meinem Inventar? Wir nähern uns so langsam, aber sicher. dem Ende dieser Umbauaktion. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Kürbisfeld, noch ein paar Löwenmäulchen und Maschendrahtzaun. Ich habe noch zwei mehrfarbige Scheinwerfer. Ich wüsste allerdings jetzt im Moment nicht, was ich damit anständig beleuchten soll. Ich kann natürlich hier mal und dich. Jetzt steht der Baum natürlich im Weg, so wie sich das gehört. Ich habe ihn aber relativ schnell erwischt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Wow, den habe ich ja noch viel schneller erwischt. Cool. Okay. Dann machen wir die auch mal an. Ich gucke mir irgendwie auch. Ändern die Farben, genau. So, 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 so. Ich glaube, ich bin wirklich gleich, wirklich gleich fertig. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht schon ein paar Mülleimer oder so. Wo habe ich denn jetzt hier Mülleimer? Oder lass mal. Ich gucke jetzt erstmal alles nochmal genau durch. Von Anfang an. Und was mir einfällt, was passen könnte, das setze ich dann. Luxuspierpfosten, Luxusgelinde, Luxuspierbank. Gargoyle würden eventuell hier zum Britannia-Dings noch passen. Aber, hm. Und es darf natürlich keine Donuts kosten. Also von daher noch ganz abgesehen. Die Tiki-Bar, die geht aber, glaube ich, sowieso nur auf ein Pier zu setzen. Hm. Ein gestohlener Scooter. Ja, der passt da bestimmt gut rein. Schaukeln. So schwer, noch einen Kinderspielplatz im Casino-Viertel machen. Können die Eltern ihre Kinder abschieben? So, hier, geht mal ein bisschen spielen, während wir ein bisschen spielen gehen. Nee, lassen wir das mal lieber. Wetterstation, Stoppschild. Wippe, die schreiben Wippe. Das ist ein, das ist ein Kleinkind-Katapult. Jeder, der schon mal auf einer Schaukel, auf einer Wippe gesessen hat, der weiß, dass das keine Wippe, sondern ein Kleinkind-Katapult ist. Gartentisch. Gartentisch. Hm. Vielleicht irgendwo noch noch so eine Sitzecke, so hier zum Beispiel. Ich muss mal gucken, wie sieht denn die aus, wie ich hier rumdrehe? Da ändert sich nicht wirklich, nicht wirklich viel. Dann würde ich sagen, manchmal so und so und so und so Nee, das sieht mir jetzt zu das sieht mir jetzt zu gestopft aus. Ich mach mal hier naja, von wegen. Ich mach jetzt mal hier ein wenig Platz. So und so und so und so Dann schieben wir das Ganze noch eins nach da und eins nach da, damit wir es auch weiterhin schön sehen können. Und dann setze ich Was setze ich da jetzt in die Mitte? Was setze ich denn da jetzt in die Mitte? Da muss jetzt natürlich irgendwas hin. Ich hab ja extra Platz gemacht. Eigentlich hab ich mir überlegt, hier so ein Brunnen, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau welchen. Ich glaube, ich nehm den hier. So zum Beispiel. Ja, 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 doch. So, wir waren hier. Hier haben wir doch auch noch ein paar Brunnen. Ich hätte natürlich noch einen Brunnen da reinsetzen können. Also so einen richtigen. Nee, die sind glaube ich größer. Oder es sind keine Ohren. Okay, die sind größer. Die sind definitiv größer. Aber das heißt ja nicht, dass man die nicht trotzdem auch noch irgendwo hinsetzen kann. Hier zum Beispiel einen hin. Und hier zum Beispiel noch einen hin. Jetzt muss ich vorsichtig sein, damit ich es nicht übertreibe. Ich glaube, hier noch einen. Dann reicht es erst mal. So, dann machen wir weiter. Mit Blutmobil. Nö, hier haben wir noch ein paar Mauern. Und Volleyballplatz. Hier waren wir doch schon mal. Da ist doch schon wieder das Kleinkinderkatapult. Pylone brauchen wir nicht. Ein Greenpeace-Boot wird hier auch nicht so wirklich hinpassen. Bäume haben wir jetzt auch schon genug. Ein paar Sträucher könnte man hier vielleicht noch an die Dings setzen. So, hier. Dann sieht das auch nicht mehr alles so. So leer aus. Nee, nee, nicht verdrehen. Sondern einfach nur platzieren wird. So, was haben wir jetzt noch? Der ist schon wieder so ein Stück zurückgesprungen. Ich war doch hier schon bei den, da. Bei den Sträuchern war ich doch schon. Laternenmast. Ja. Ja. Ja, so grundsätzlich gesehen so ein paar Laternenmasten können natürlich nicht schaden, dass die Leute nachts auch noch was sehen können. Vielleicht einen hier. Einen hier. Hier passt der eigentlich schon gar nicht mehr. Das sieht schon wieder alles so verlottert aus. Einen hier. Und einen hier. Nicht, dass die Leute sich nicht zurechtfinden und nicht wissen, wo sie ihr Geld lassen sollen. Das wäre ja schrecklich. Vielleicht eine hier. Und vielleicht eine noch hier. Und noch hier eine Laterne. Laterne, Laterne, Arsch, Gesicht und Sterne. Das klingt irgendwie anders, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist schon so lange her bei mir. Nee, eigentlich nicht. Ich habe das ja durch meinen Sohn auch. Obwohl, der wollte das dann irgendwann gar nicht mehr. Der war gar nicht so begeistert irgendwie von der ganzen Welt. Es war schweinekalt und keine Ahnung. Das Einzige, was ihm Spaß gemacht hat, war das Feuer. Das Riesensand Martinsfeuer. Das hat ihm Spaß gemacht. Müsste ich mir da jetzt Sorgen machen. Nicht, dass wir hier so einen kleinen Pyromanen herangezüchtet haben. Du komisches gesträuchten Gebüsch. Du passt da nicht so gut. Hier könnte noch so ein bisschen noch so ein bisschen gesträuchte Gebüsch drumherum wachsen. Aber ich mache jetzt erstmal hier weiter. Das ist schon wieder zurückgesprungen. Du bist ein Drecksack. Mein kleiner hier, Strauch. Wir nehmen einen Strauch und versetzen den auch. Einer nach rechts und einer nach links. Irgendwie passt das nicht so ganz, aber egal. was ist denn da vorne mit dem komischen Brunnen? Warum soll ich noch ein paar kaufen davon oder was? Was will mir das Spiel damit jetzt schon wieder sagen? Dass er ständig zu diesem scheiß Brunnen zurückspringt. Hier in der Telefonzelle. Mama? Mama? Mama hat alles Geld ausgegeben. Er hat alles verspielt. Sogar meine Jungfräulichkeit. Okay, das war jetzt ein bisschen hart, aber so oder so ähnlich könnte ein Telefonat hier aus meinem Casino-Gebiet ablaufen. Bin ja gar nicht so. Ich bin schon wieder hier vorne. Soll ich ein Pavillon setzen? Nee. Die Leute sollen sich ja hier nicht wohlfühlen und sich nicht ausruhen. Die Leute sollen hier Parkuhr. Hier hast du 20 Cent EG und jetzt hieß der Parkuhr. Mami, der Papi hat das hatten wir eben schon. Eigentlich suche ich ja wenn ich ehrlich sein soll. So eine Steinmauer wäre natürlich auch. Wird natürlich gut zu dem Weg passen. Aber egal. Dafür ist jetzt zu spät. Also damit fange ich jetzt nicht nochmal an um es mal ganz gezielt auszudrücken. Hier Mülleimer. Das war das, was ich oder eins der Sachen die ich jetzt noch gesucht habe waren definitiv Mülleimer. Flupp. Denn nur ein sauberes Springfield ist ein sauberes Springfield. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich glaube ihr wisst schon was ich meine. Alles andere wäre ja dreckig. Dreckiglisch. Dreckiglisch. Und schreckiglisch. Kennt eigentlich einer von euch die Fraggigs wo ich gerade bei Reggeln und so Kram bin. Akustisch zumindest. So eine komische Muppet-mäßige Puppensendung. Ich glaube die ist sogar auch von Jim Henson. Also dem Erfinder der Muppets. Das ist eine Kindersendung. Ist früher im Fernsehen gelaufen. Hab ich ab und zu mal gesehen. Ja. Ich glaube. Ich glaube. Ich guck erst noch mal ob ich ihn nicht noch so. Ich sag da jetzt. Ich sag da nichts mehr zu. Ein ganzes Müllcontainer. Ne das kommt dann schon wieder assig rüber. Hey die Mülltonnen sehen aber eigentlich viel hübscher aus. Scheiße. Jetzt hab ich lauter hessischen Mülltonnen dahingestellt. Die muss ich austauschen. Die muss ich jetzt aber noch austauschen. Brennende Fackeln. Parkplätze. Ein Lattenzaun. Du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Ein Weidenbaum. Das ist ja auch geil. Wo kommt der denn her? Den kenn ich ja noch gar nicht. Der ist mir noch nie aufgefallen. Ein Ahornbaum. Okay. Ah hier sind wir schon wieder bei den Wegen. Okay. Ja. Ähm. Ähm. So. Ein hier. Ein hier. Es gibt eine Riesenaktion jetzt. Das ist scheiß ein Dreck. Damit müsst ihr jetzt leben. Ich schneide das nämlich jetzt nicht raus. Ich hoffe ich erwische alle. Alle Mülltonnen die ich eben gerade noch wahllos und ohne Plan irgendwo hingeschmissen habe. Hoffe ich. Finde ich jetzt auf Anhieb wieder. Wo ist denn die da? Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Und da ist noch eine. Und da ist noch eine. Ich glaube. Ich glaube das dürfte es gewesen sein. Jetzt kommt natürlich der weitaus spaßigere Teil. Achso. Ich muss weg. Ja ja. Einlagern. Wenn ich so mache müsste ich ihn eigentlich direkt erwischen. Wunderbar. Wieder was gelernt. Der ist jetzt fast mein Nachnamen. Das ist mein echten richtigen Nachnamen. Dann wüsste ja jeder wie ich heiße. Nee. Da hätte ich keinen Kopf drauf. Das ist übrigens auch einer der Gründe aus dem ich immer noch keine Facecam nutze. Ich habe mir schon öfter darüber mal Gedanken gemacht ob ich mal das ein oder andere Video mit Facecam hochlade. Aber ehrlich gesagt möchte ich diesen Sprung in Richtung noch weniger Privatsphäre oder Offenlegung meiner selbst ehrlich gesagt noch nicht vollziehen. Es mag sein, dass sich das ändert in den nächsten Monaten, Wochen, keine Ahnung. Aber aktuell definitiv nicht. Es fragen mich auch immer viele Leute, warum machst du und man macht keine Facecam, man nutzt sie nicht. Ich bin einfach ehrlich gesagt kein Freund davon. Ich weiß, ich bin doch ein absolut kleiner Zwergen-YouTuber und ich werde sehr wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch nie so groß werden, dass mich irgendwer auf der Straße eventuell erkennt. Aber die Gefahr besteht ja trotzdem. Und da man sich ja auch beruflich unter Umständen damit ins eigene Fleisch schneiden kann. Wenn einen nämlich der zukünftige Chef auf YouTube findet und sich denkt was redet der Mann da für eine Scheiße? Und den soll ich einstellen? Muss man natürlich auch immer so ein bisschen dran denken. Kann dann auch daher unter Umständen ins Auge gehen. Auch die Chance ist natürlich verschwindend gering, das ist wahr. Aber es gibt etwas, ich nenne das immer den Familienfluch, also unseren Nachnamen, den Familienfluch. Und anhand dieser Vorgabe, anhand dieser Schablone kann man davon ausgehen, dass mir das mit großer Sicherheit passieren wird. Murphy's Law ist ein Scheiß dagegen. Murphy's Law ist mir auf die Arschbacke tätowiert von meiner Geburt an. Scheiße, die passieren kann, passiert. Und Scheiße, die anderen passieren kann, die passiert auch. Und zwar mir, nicht den anderen. Von daher, aber auch gute Sachen. Ich will ja hier nicht sagen, mein Leben ist Pfuibe. Aber es gibt durchaus Sachen, da frage ich mich, what the fuck hat sich das Scheißuniversum eigentlich dabei gedacht? Ganz im Ernst. Meine Frau kann ja mittlerweile auch ein Lied von singen. Wir sind jetzt seit 16 Jahren, 16,5 Jahren fast verheiratet. Und sie schienen diesen Familienflug vorher nicht zu kennen. Seit wir verheiratet sind, kennt sie ihn. Und sie liebt ihn. Abgöttisch, so wie ich auch. Er gehört halt zur Familie, was soll man machen? Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Kein Sinn. Das hier mache ich dann, das mache ich dann gleich off, offscreen quasi hier. Oder ich lasse das erst mal. Nee, das mache ich dann gleich offscreen. Jetzt setze ich dann hier noch alles hin. Es ging jetzt hier erst mal nur ums Dings, nur ums Casino, um meine Casino-Ecke. Die ist jetzt fertig, offiziell. Zumindest halte ich das Ding jetzt hier für fertig. Und von daher, ja, puh, anderthalb Stunden. Ich habe es gesagt, es wird locker eine Stunde dauern. Oh, Hilfe, mein eigenes Casino ist schon kaputt gegangen. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keins von meinen weiteren Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao. Ciao. Ciao.